Und du? Die Ruine streut, was? Er ist entzündet. Da brauchen wir eine kleine Betäubung. Mittelleichte Anästhesie, würde ich sagen. Mittelleicht reicht. So. Jetzt zähl mal bis zehn. Eins. Da ist er. Schon mal was gehört von den göttlichen Händen? Das sind sie. Spenden Trost, Freude, aber auch Dunkelheit, wenn es sein muss.